Willkommen zu einem weiteren faszinierenden Video. Heute werden wir die unglaubliche Geschichte eines Mannes enthoben, der nicht nur die Seiten der Geschichtsbücher, sondern auch die Herzen vieler Menschen gerührt hat. Tauchen Sie mit uns ein in das außergewöhnliche Leben von Otto Karius. Einem tapferen Soldaten, einer Legende des Zweiten Weltkriegs und einem unvergesslichen Helden. Wer war Otto Karius wirklich? Was trieb ihn an und welche unauslöschlichen Spuren hat er in der Geschichte hinterlassen? Bereiten Sie sich auf eine Reise vor, die Sie durch die bedeutendsten und dramatischsten Momente seines Lebens führen wird. Lassen Sie uns gemeinsam das Vermächtnis und die heldenhaften Taten von Otto Karius erkunden und ehren. Bleiben Sie dran, Sie möchten das nicht verpassen. Der Zweite Weltkrieg repräsentiert eine Ära in der Militärgeschichte, in der viele Rekorde gebrochen und neue Technologien und Strategien auf dem Schlachtfeld eingeführt wurden. Eine dieser Neuerungen waren die Panzerschlachten, die zu einem entscheidenden Faktor im Verlauf des Krieges wurden. Panzerasse, also legendäre Panzerkommandanten, haben in diesem Bereich einen festen Platz erlangt. In unserem Kanal haben wir bereits über Kurt Knispel gesprochen, der mit der Zerstörung von 168 Panzern an erster Stelle steht. Allerdings wurde der Großteil von Knispels Erfolgen erzielt, als er Panzerschütze war. Andererseits gibt es Namen wie Otto Karius, der als einer der tödlichsten Panzerkommandanten des Krieges gilt und mehr als 150 Panzer zerstört hat, was ihn zu einem der erfolgreichsten Panzerasse der Geschichte macht. Eine der legendären Leistungen von Karius ist, dass er ein feindliches Flugzeug mit der Hauptkanone eines Tiger-1-Panzers abgeschossen hat. Dies mag auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Leistung erscheinen, da Panzer normalerweise feindliche Flugzeuge mit Maschinengewehren, die als Flugabwehr verwendet wurden, abschießen. Aber Karius' Leistung wurde mit der Hauptkanone des Panzers erreicht, was eine außergewöhnliche Schießfertigkeit erforderte. In unserem Video werden wir Otto Karius' erstaunliche Leistung genauer untersuchen und zeigen, wie schwierig es ist, ein Flugzeug mit der Kanone eines Panzers abzuschießen. Während wir die Geschichte hinter diesem unmöglichen Schuss von Karius entdecken, haben sie die Möglichkeit, die kritischen Momente des Krieges näher zu erleben. 1943 Jahr, an der Ostfront, begannen die Deutschen zunehmend Verluste zu erleiden. Trotzdem traten einige Individuen aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten in den Vordergrund. Einer von ihnen war Otto Karius. Karius und seine Einheit wurden von den Angriffen des berühmten sowjetischen Flugzeugs Ilyushin II, auch bekannt als Sturmowik, heimgesucht. Die von den Sowjets hergestellten Ilyushin II Flugzeuge wurden insgesamt 42.330 Mal in verschiedenen Variationen produziert. Diese Zahl hat den Rekord für das meistproduzierte Kampfflugzeug in der Luftfahrtgeschichte gebrochen und dieser Rekord ist bisher unübertroffen. Die Sturmowiks wurden auch fliegende Panzer genannt und hatten, insbesondere wenn die deutsche Luftwaffe, die Luftwaffe, an der Ostfront ineffektiv war, Überlegenheit gegenüber den Panzern. Otto Karius hat seinen Ruhm mit dem berühmten Tiger-1-Panzer erlangt, den wir zuvor in diesem Kanal überprüft haben. Nach dem Ende des Krieges schrieb Karius das Buch »Tiger im Schlamm« und dieses Buch war den Panzersoldaten gewidmet, die im Krieg ihr Leben verloren hatten. Viele Quellen zeigen Otto Karius als einen der besten Panzerkommandanten in der Geschichte der Welt. Otto, der ein Jahr nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, also 1940, von der Zivilschule graduierte, wurde aufgrund seines schwachen und kraftlosen Aussehens bei den ersten beiden Militäranträgen abgelehnt. Bei seiner dritten Bewerbung trat er jedoch in die Infanterieeinheit ein und wurde später zur Panzereinheit transferiert. Karius' Vater war nicht gegen die Teilnahme seines Sohnes am Militär, im Gegenteil, er unterstützte ihn und akzeptierte, dass sein Sohn einer Kampf- oder Hilfseinheit beitreten konnte. Obwohl er selbst als Infanterist am Krieg teilnahm, akzeptierte er sogar, dass sein Sohn ein Flieger wurde. Es gab jedoch nur eine Einheit, gegen die der Vater definitiv war, die Panzereinheiten. Er bezeichnete die Panzer als eiserne Todesfallen. Otto Panzerausbildung abgeschlossen hatte, wurde er dem 502. schweren Panzerbataillon zugewiesen. Die höheren Kommandanten erkannten Karius' Fähigkeiten in den Panzertaktiken und ernannten ihn zum Panzerkommandanten. Als seine Einheit an die Ostfront geschickt wurde, begann Otto Abenteuer an dieser Front und er bewies in kürzester Zeit, dass er ein talentierter Panzerkommandant war. Die Zeit, in der Karius diente, war nicht eine Zeit, in der die Deutschen an der Ostfront dominierten. Im Gegenteil, es war eine Zeit, in der die Sowjets dominierten. Karius beschrieb in seinem Buch den Tag, an dem eine große Lebensmittellieferung bei ihnen ankam, als einen der glücklichsten Tage seines Lebens. Doch einige Tage nach dieser Lieferung griffen die sowjetischen Truppen die deutschen Positionen an, eroberten die Lebensmittel und verkleideten sich sogar mit den während dieses Überfalls erbeuteten Luftwaffeuniformen als deutsche Soldaten und legten viele Hinterhalte. In diesen Hinterhalten erlitten die Deutschen erhebliche Verluste. Danach wurde Karius' Einheit befohlen, auf jede Person in einer Luftwaffeuniform zu schießen. Karius gestand in seinem Buch, dass sie mehrmals ihre eigenen Leute erschossen haben. Otto hat nicht nur durch seine Intelligenz, sondern auch durch seinen Mut Berühmtheit erlangt. In seinem Buch beschreibt er ein Ereignis, bei dem er während einer Aufklärungsmission mit einem Tiger Itz auf einen sowjetischen Panzer traf. Ein naher Schuss des sowjetischen Panzers führte dazu, dass der Turm des Tiger Ciaran blockiert wurde. Karius gelang es, auf den Panzer zu klettern und den Turm manuell zu drehen. Danach zielten sie auf den schwachen Punkt hinter dem Panzer und zerstörten den sowjetischen Panzer. Bei einer anderen Aufklärungsmission geriet der Tiger Dies, aufgrund eines Sandsturms vom Kurs ab, hatte Batterieprobleme und wurde von einem sowjetischen Panzer angegriffen. Aber Karius und sein Team schafften es, Reparaturen durchzuführen, den Panzer wieder zum Laufen zu bringen und den sowjetischen Panzer zu zerstören. Später wurde Karius von einem sowjetischen gepanzerten Fahrzeug in einen Hinterhalt gelockt. Das sowjetische Fahrzeug durchbrach die Panzerung des Tiger Ina und Karius und sein Team gerieten in große Schwierigkeiten. Karius startete jedoch geschickt den Rückwärtsgang des Panzers und die Waffe des sowjetischen Fahrzeugs verfing sich in der Panzerung des Tiger Ina. Danach gelang es Karius und seinem Team, das sowjetische Fahrzeug zu zerstören. Gegen Ende des Krieges wurden Karius und sein Team während einer Aufklärungsmission damit beauftragt, eine sowjetische Flugabwehrkanonenbatterie hinter den deutschen Linien zu zerstören. Karius zielte mit der Kanone des Tiger Zwerzer auf die Flugabwehrkanonen und zerstörte die Batterie erfolgreich. Diese Ereignisse sind wichtige Momente, die die Intelligenz und den Mut von Otto Karius auf dem Schlachtfeld zeigen. Lassen Sie uns nun auf das Ereignis konzentrieren, bei dem Otto Karius diesen unglaublichen Schuss abgefeuert hat. Am 10. Dezember 1943 diente Karius im 502. schweren Panzerbataillon. Seine Einheit wurde beauftragt, die sich zurückziehenden deutschen Streitkräfte in der Nähe von Leningrad zu schützen. Der Großteil des Panzerbataillions bestand aus mächtigen Tiger-1-Panzern. Aber das Bataillon wurde ständig von Ilyushin-2-Flugzeugen angegriffen. Tatsächlich hatten die Ilyushin-2-Flugzeuge nur eine begrenzte Anzahl von Panzerabwehrmunition und ihr Hauptziel war es, Infanterie- und Versorgungseinheiten anzugreifen. Dennoch verursachte der Artilleriebeschuss der Flugzeuge, auch wenn er die Tigerpanzer nicht direkt zerstörte, erhebliche Schäden. Aufgrund dieser Luftangriffe versteckten sich die Panzer in Karius' Einheit, um nicht beschossen zu werden und konnten ihre Hauptaufgaben nicht erfüllen, da die Luftwaffe nicht genügend Luftunterstützung hatte und die sowjetischen Flugzeuge konnten leicht Luftangriffe durchführen. Otto Karius suchte nach einer Lösung gegen diese Luftangriffe. Im Turm des Tigerpanzers befand sich ein MG 34 Maschinengewehr. Aber die Munition dieser Waffe war wirkungslos gegen die Rüstung der Ilyushin-2-Flugzeuge. Außerdem, wenn die von den Ilyushin-2-Flugzeugen abgeworfenen Brandbomben neben den Tigerpanzern explodierten und die Turmluken offen waren, verursachten sie der Panzerbesatzung erhebliche Schäden. Während die Besatzung überlegte, was zu tun sei, kam Karius' Schütze Albert Kerscher auf die Idee, die Hauptkanone des Tigerpanzers zu verwenden. Die Kanone des Tigerpanzers war eine modifizierte 88 mm Flugabwehrkanone für den Panzer. Allerdings waren die als FLAC bezeichneten 88 mm Kanonen für Streuschüsse konzipiert. Die im Panzer montierte KWK-Kanone konnte jedoch in einer geraden Linie schießen. Wie Sie im Video sehen können, wird bei Flugabwehrsystem nicht direkt auf das Ziel geschossen. Denn bis die Munition das Ziel erreicht, bewegt sich das Flugzeug weiter. Daher werden Streuschüsse abgefeuert und man versucht, die Munition mit dem Flugzeug kreuzen zu lassen. Dies war eine der Herausforderungen, denen sich Karius und sein Team gegenüber sahen und sie mussten verschiedene Strategien entwickeln, um diese Herausforderungen zu überwinden. Der Turm des Tigerpanzers feuerte direkt auf das Ziel. Das heißt, man versuchte Ziele zu treffen, die mit einer Geschwindigkeit von maximal 70-80 km pro Stunde fuhren. Aber die Ilyushin II Flugzeuge erreichten Geschwindigkeiten von 350-400 km pro Stunde. Es war also fast unmöglich, ein durchschnittlich schnelles Flugzeug mit einer aus dem Panzerturm abgefeuerten Granate zu treffen. Aber Otto Karius entschied auf Vorschlag seines Schützen, diesen Schuss zu versuchen. In seinen Memoiren gibt Karius an, dass sie sich aus Verzweiflung entschieden hatten, diesen Schuss abzugeben. Der Plan war wie folgt. Sobald die Ilyushin II Flugzeuge gesichtet wurden, würde der Panzer plötzlich auftauchen. Die Flugzeuge kam in Berates in einer großen Gruppe. Als die Flugzeuge näher kamen, positionierte Karius seinen Panzer und befahl dem Ladär, Panzerbrechen dem Munitschen zu laden. Schütze Kerscher richtete das. Geschütz auf einen Winkel von 15 Grad. Die ganze Mannschaft wartete auf die Ankunft der Flugzeuge. Als die Ilyushin zwei Flugzeuge zum Sturzflug ansetzten, sagte Karius zu seiner Mannschaft, sie sollten ruhig bleiben und auf das Feuerkommando warten. Als Karius den ersten Schussbefehl gab, flog das Geschoss in die Luft, erreichte aber nicht die Reichweite der Ilyushin II Flugzeuge. Aufgrund der zuvor erwähnten horizontalen Schussfähigkeit war das Geschoss außer Reichweite. Karius gab den Befehl zum Nachladen und die Mannschaft wartete. Als der Schuss abgegeben wurde, traf das Geschoss den Flügel des anvisierten Ilyushin II Flugzeugs und das Flugzeug begann in Spiral-Formigen-Bewegungen abzustürzen. Später explodierte das auf den Boden aufgeschlagene Flugzeug mit einer großen Explosion. Die deutschen Soldaten in der Umgebung erlebten große Freude, denn ein fast unmögliches Unterfangen war erreicht worden. In seinem Buch beschreibt Karius dieses Ereignis wie folgt. Mein Schütze Albert Kerscher sah eine Ilyushin II in der Luft und zielte schnell darauf. Er traf beim ersten Schuss und das Flugzeug stürzte in Flammen ab. Ein paar Minuten später erschien eine weitere Ilyushin II und wurde auf die gleiche Weise getroffen. Ich habe über 150 Panzer zerstört, aber das ist die Leistung, an die ich mich am deutlichsten erinnere. Die Schüsse, die Karius und sein Team zu dieser Zeit abgaben, waren fast unmögliche Schüsse. Zu dieser Zeit, auch wenn die als Flugabwehrkanonen konzipierten Geschütze Flugzeuge nur schwer abschießen konnten, war es wirklich eine außergewöhnliche Leistung. Ein Flugzeug mit einer Panzerkanone zu zerstören. Dies war ein Zeichen für die Fähigkeiten und den Mut von Karius und seinem Team auf dem Schlachtfeld. Otto Karius wurde in den letzten Phasen des Krieges zusammen mit einem anderen deutschen Panzerkommandanten damit beauftragt, die auf einer Eisenbahnbrücke platzierten Sprengstoffe zu entschärfen. Die Mission wurde erfolgreich abgeschlossen und die Brücke wurde gesichert, um das Vorrücken der sowjetischen Truppen zu verhindern. Allerdings wurden Karius und andere deutsche Soldaten im April 1945 während des Rückzugs an der Kurlandfront von sowjetischen Truppen gefangen genommen und in Arbeitslager geschickt. Karius wurde zwei Jahre lang in verschiedenen Lagern zur Zwangsarbeit verpflichtet. Zunächst wurde er in Sibirien beim Eisenbahnbau eingesetzt und später in Wäldern zum Fällen von Bäumen und in Steinbrüchen. Während seiner Gefangenschaft wurde Karius schlecht von den Sowjets behandelt und lebte unter schwierigen Bedingungen. Es herrschte Nahrungsmangel und Krankheiten waren im Lager weit verbreitet. In den kalten Wintermonaten gab es nicht genug Kleidung und Nahrung für die Gefangenen und viele verloren ihr Leben aufgrund der kalten Bedingungen. Die Sowjets verwendeten verschiedene Foltermethoden, um Karius zu verhören. Er wurde lauter Musik ausgesetzt und von den Befragern grob behandelt. Die Sowjets wollten Informationen über die Strategien und Geheimnisse der deutschen Armee von Karius erhalten. Während seiner Gefangenschaft war Karius mehrmals dem Tod nahe. Es gab Gerüchte, dass die Familien der sowjetischen Soldaten, die er im Krieg getötet hatte, Rache nehmen wollten. Trotz dieser schwierigen Zeiten blieb Karius den Prinzipien der Menschlichkeit und Ehrlichkeit treu. Er entschuldigte sich bei den Familien der sowjetischen Soldaten, die er im Krieg getötet hatte, und versuchte, den Schmerz der Angehörigen der verstorbenen Soldaten zu lindern, indem er ihnen Informationen über die Grabstätten der Soldaten gab. Dies ist ein wichtiges Zeugnis für Karius' Bemühungen, die menschlichen Werte trotz der Schwierigkeiten des Krieges und der Gefangenschaft zu bewahren. Otto Karius wurde 1947 durch den Beschluss der Sowjetunion, deutsche Kriegsgefangene freizulassen, in die Freiheit entlassen. Nach dem Krieg hatte die Sowjetunion etwa 3,5 Millionen deutsche Soldaten gefangen genommen. Viele dieser Gefangenen starben unter den harten Bedingungen der Sowjets oder waren über Wille Jahre in Gefangenschaft. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland praktizierte Karius als Apotheker, die Jahre seiner Gefangenschaft hinterließen, jedoch für sein ganzes Leben Spuren bei ihm. Karius entschuldigte sich weiterhin bei den Familien der sowjetischen Soldaten, die er im Krieg getötet hatte, und warnte weiterhin vor der Grausamkeit des Krieges. Otto Karius hatte die Härten und Grausamkeiten des Krieges erlebt und stand mehrmals dem Tod gegenüber. Nach dem Krieg wählte er ein ruhiges Leben und verdiente seinen Lebensunterhalt als Apotheker. In seinem Buch Tigers in the Mud teilte er seine Kriegserinnerungen und übermittelte seine Erfahrungen an zukünftige Generationen. Karius wird in der Geschichte weiterhin als einer der berühmtesten Panzerkommandanten Deutschlands mit seinen Erfolgen in Erinnerung bleiben. Seine Lebensgeschichte wird als Mahnmal für die zerstörerischen Auswirkungen des Krieges auf Menschen und Gesellschaften bleiben. Karius starb am 24. Januar 2015 im Alter von 92 Jahren. Sein Tod wurde von Kriegshistorikern und Enthusiasten als großer Verlust empfunden. Das ist alles, was ich über Otto Karius zu sagen habe. Sie können auch Ihre Gedanken über Karius im Kommentarbereich teilen und uns helfen, mehr über ihn zu erfahren. Danke, dass Sie mein Video angeschaut haben. Wenn Sie meine anderen Videos über Michael Wittmann und Kurt Knispel noch nicht gesehen haben, können Sie meinen Kanal besuchen und auch diese Videos ansehen. Ich wünsche Ihnen allen gesunde und glückliche Tage. Wenn Sie mein Video bisher hin angeschaut haben und immer noch nicht meinen Kanal abonniert haben, abonnieren Sie bitte und vergessen Sie nicht, die Nachrichtigungsglocke einzuschalten. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr keine neuen Videos verpassen möchtet, abonniert doch bitte meinen Kanal. So seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was die Welt der gepanzerten Fahrzeuge betrifft.